Ja, das muss weg. Was für ein Ding? Schlotzenknecht. Sicher, sicher, sicher. Wir hatten auch schon ein, zwei Drehs mit meinem echten Fuß. Das war nicht so geil. Mit euch beiden haben wir ja zwei Kumpels verpflichtet, sag ich jetzt mal. Ihr seid ja eigentlich, habt ihr mir erzählt, Nachbarn hier in Dortmund. Wir nehmen jetzt aber mal an hierfür. Ihr werdet zusammengezogen, so Best Friends mäßig halt. Großes Haus. Am Ende sind noch zwei Zimmer frei, die ihr nutzen könnt. Wo ihr euch noch entscheiden müsst, was ihr daraus macht. Ein Zockerzimmer, ein Partykeller, ein Fitnessraum. Einer muss weg. Ah, Fitness, oder? Ja, Zockerzimmer auf jeden Fall drin. Muss, achso. Das bleibt auf jeden Fall drin. Sicher, 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 so. Party wäre auch schon geil. Ja? Ja, Gym haben wir hier eins. Gym haben wir eigentlich. Eigentlich im Hackel, ja. Deswegen, ja. Also kein Fitnessraum. Ja, wir haben ja schon Gym. Okay, Zockerzimmer ist also dabei. Ihr habt gemeinsam aber nur eine Playstation. Der Speicherplatz ist fast voll und es passen nur noch zwei Games drauf. Among Us, Warzone, FIFA 22, eins muss weg. FIFA. Echt? Aber Among Us kannst du auch nicht sagen. Aber Among Us auf iPad war schon lustig. Ja, deswegen. Aber ist ja auf Playstation. Ja. Also ich würde... Also ich zock nur PC. Ich zock auch PC. Das ist eigentlich... Also ich würde tatsächlich FIFA wegnehmen. Ich weiß nicht was. Ich musste Among Us. Ja, dann war mein Among Us weg. Um euch jetzt in Dortmund und in eurem neuen Haus so richtig wohl zu fühlen, leistet ihr euch jetzt in meiner kleinen Geschichte hier einen Koch und einen Chauffeur. Julian Brand, Niklas Süle, Mo Dahoud. Einer muss weg. Ich würde ja schon sehen, dass Mo uns fährt, ne? Das wäre schon was Geiles. Ja. Hast du recht. Also Mo würde ich uns schon fragen lassen. Aber wie lustig wäre das, wenn Süle so aus der Tür rauskommt und sagt, ich bin der Herr Chauffeur. Nee. Aber ihn würde ich als Koch einstellen. Jule. Ah, Niki sogar. Niki? Ja. Der hat doch keinen Platz in der Küche. Ja. Ja, wir nehmen mal raus. Ich glaube, da müssen wir Mo... Also ich würde Mo was. Weil, stell dir vor so... Ja, ich hätte auch ein bisschen Angst hast, wenn ich beim Fahren und so. Und beim Kochen. Aber stell dir mal, Süle kommt mit einem Anzug so schön und zackt. Wäre schon geil, ja. Und Jule... Also man hört sich jetzt gerade so an, als wenn Süle beides macht. Also das macht ja auch nie so was. Ja, nein, nein. Süle wäre Chauffeur. Ja. Mit diesem lockeren Hut und so ein bisschen Anzug und so. Ja, sehe ich direkt vor mir. Wird die Tür aufhalten. Und Jule kriegt dann diesen Kochhut. Genau, ja. Und wird dann Kochschürze. Ja. Ja. Deswegen fliegt Mo raus. Ja. Theoretisch könnt ihr auch selber kochen, oder? Also ich... Karim, ich hörte, du hättest dir mal vor Wochenfrist Mehl ausgeliehen, um Pfannkuchen zu machen. Genau, ja. Aber die habe ich nicht gemacht. Ach doch nicht? Nee, die habe ich nicht gemacht. Ich kann auch nicht. Bei einem netten Nachbarn hast du das geliehen. Beim besten Nachbarn. Tatsächlich. Ah, sehr gut. Karim, jetzt steht Schlotti vor deiner Tür und will sich Drinks ausleihen, weil er Kumpels eingeladen hat. Er hat natürlich nur zwei Hände, kriegt also auch nur zwei Flaschen. Was gibst du ihm mit? Wasser, Bier, Wein. Eins muss weg. Kannst du eigentlich zwei Sachen rausmachen? Ja. Ich trinke keinen Alkohol. Das ist schwierig jetzt. Ja, mach mal den... Das hattest du mir nämlich auch schon... Für die Kumpels vielleicht. Du kriegst das Wasser und... Ich glaube, deine Kumpels... Ja, wenn meine Kumpels da sind, dann müssen wir das Wasser wegnehmen. Echt? Total überhaupt. Ja? Ja, ja. Dann müssen wir ehrlich das Wasser wegnehmen. Okay, du kannst ja Wasser auch von der Leitung rinken und so. Dann nehmen wir das Wasser weg. Okay. Gut. Jetzt switchen wir mal aus eurer Nachbarschaft hier hin ins Trainingslager. Es ist 20 Uhr, ihr seid fertig mit dem Abendessen. Um 22 Uhr müsst ihr ins Bett. Was macht ihr mit den übrigen zwei Stunden am Abend? Eine Stunde Twitch-Stream? Eine Stunde Facetime mit der Freundin? Eine Stunde geile YouTube-Videos mit uns drehen? Eins muss weg. Dann muss auf jeden Fall das Facetime weg, ne? Ja, das muss weg. Ja, das... Sehr nice. Ja, muss. Du kannst ja mit ihr in der Freundin laufen. Ja, genau, ja. Der Schriftzug für den Vlog auf dem neuen Trikot von einem gewissen Endpunkt Schlotterbeck ist zu lang. Nun muss ein neuer her. Die Wahl fällt am Ende zwischen zwei Spitznamen von dir. Schlotti, Schlotte oder Schlotze? Einer muss weg. Schlotze. Echt? Magst du ihn gar nicht? Wie nenne ich ihn? Also Schlotti bleibt auf jeden Fall. Okay. Muss aussehen zwischen Schlotte und Schlotze. Schlotze ganz gerne. Ja, ja, ja. Ich mach auch immer so Remakes. Ja, mach du. Ja, ich hab's ge... Habe ich genau gesehen. So Schlotzenknecht oder so. Was? Keine Ahnung. Was für ein Ding? Schlotzenknecht. So. Okay. Aber er ist nicht auf ihn bezogen. Einfach so. Aus Gaudi. Ja, aus Gaudi. Genau. Ich find Schlotze geil. Deswegen würde ich Schlotte wegmachen. Dann machen wir Schlotte weg. Schlotte weg. Sehr gut. Schlotti und Schlotze also demnächst im Fanshop verfügbar. Welche zwei der folgenden BVB Spieler haben den besten rechten Fuß? Rafa Guerreiro, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck. Einer muss weg. Gucken. Ich muss schon weg. Oder? Ich wollte das nicht sagen. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Ist das so? Wir hatten auch schon ein, zwei Drehs mit meinem rechten Fuß. Das war nicht so geil. Also der ist tatsächlich zum Stehen. Karim ist relativ beidfüßig, das muss ich ihm lassen. Der hat dafür andere Schwächen, aber relativ beidfüßig. Danke, dass du die ansprichst. Also er hat viele Schwächen, aber die Schwäche hat er nicht. Korrekt. Was ist seine größte? Gut aussehen. Ja, das ist schon eine gute Schwäche. Okay, top. Super Schlusswort. Das war's. Danke, Männer. Danke. Danke schön.